Die Gemeinschaftsschule Kiefer, alles glaubt ihr, die Viktoria, die Designrunners Kupz und Mössner, der Alfred Zweigold hier vom V-Feld, die sind übrigens Das Gymnasium aus Herrenberg, ebenfalls am Start Die Leibszeitung Böblinger Bote Bitte mal noch kühle in den Schiff Und die Kühle, die Gatschen Die Egli-Kameralette Ich hab das vor heute Beide Damen Ich hab das Vielen Dank.